Eigentlich ist in Till Reiners Leben alles in Ordnung. Bis jetzt. Hast du ein Auto? Pass sie in Ruhe. Was hast du kleiner Witzler zu mir gesagt? Ich hab ein Auto. Habt ihr den Terausgang? Ja. Wo? Hinten. Die Geisel befindet sich in der Gewalt eines unbekannten Täters. Er ist auf der Flur. Ich will das, wenn ihr mich einfach gehen lässt. Du hältst jetzt deine Fresse. Alles klar. Doch mit so einer Geisel läuft einfach nichts nach Plan. Jetzt geh rüber. Was denn? Mein Fuß. Mein Fuß steckt gleich in deinem Arsch. Jetzt mach das Ding auf. Was machen die Muschile auf der Stange? Du hast gesagt 15. Das war netto, Junge. Der Vertrag ist gar nicht gültig. Was hat denn der Zivilist dazu kamen? Also ein Händler sollte im Vergleich zu einem Privatverkäufer eine Mindestgewährleistung von einem Jahr garantieren. Und die steht gar nicht drin. Insofern ist der Vertrag gar nicht gültig. Juristisch gesehen. Wir haben halt gerade eine schwierige Phase. Es kommt vor in der längeren Beziehung. Wann hat er denn das letzte Mal gelacht? Was ist denn das? Ich bin Till. Scheiße. Und? Ich hätte hier eine Sache für dich. Aber dafür brauchen wir den Zivilisten. Diese zwei verledigen jetzt dieses Geschäft. Dann lassen wir wieder mal ein bisschen die Puppen tanzen. Ich kann nicht glauben, dass sie sich nicht mehr lebt. Haben sich nicht gesucht. Aber gefunden. Ich will das volle Voranrufe! Pass auf, ich hab nicht viel Zeit. Du hast dich ja mitbekommen, dass ich in der Gewalt... Ich meld mich bei dir, wenn man danach ist. Aber das geht nicht. Doch, das geht sehr wohl. Ich brauche jetzt auch erstmal Zeit für mich. Wie, ja? Das ist ja noch eine viel ärmere Sau, als ich gedacht habe, Mann. Sie macht ja gerade so ein Projekt am Laufen. Ich sag dir, was das für ein Projekt ist, Mann. Ein Fickprojekt. Ja, haltet ihr jetzt die Fresse, Beudel! Wir fahren jetzt nach Holland. Holland ist scheiße. Es ist wie Osten, nur im Westen, Mann. Alles klar? Vollidiot, ey! Ich fand's ganz witzig.